Hier ist die Tanz AG von der Thomas-Manschel Nordheim. Wir möchten Ihnen heute den eingegrierten Tanz einmal präsentieren. Also eine kleine Mini-Aufführung. Leider sind nicht alle mit dabei. Es sind sehr viele krank zur Zeit, aber wir wollen uns trotzdem unbedingt durchziehen. Und die sind auch alle ganz aufgeregt. Das ist der allererste Auftritt. Und es wäre schön, wenn alle so ein bisschen mit anfeuern. Jetzt wünsche ich allen erstmal viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.